Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen, jetzt haben wir etwas für juristische Feinschmecker, aber ein sehr wichtiges Gesetz, das wir unbedingt beschließen müssen, wenn wir schlimme Zustände in den Justizvollzugsanstalten verhindern wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2018 das Bayerische Unterbringungsgesetz und das baden-württembergische Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten für verfassungswidrig erklärt. Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht, wie ich finde, bemängelt, dass es keine ausreichende Grundlage gibt in diesen Gesetzen für die Anordnung von Fixierungen und insbesondere eine richterliche Überprüfung. Es geht dabei um Fälle, in denen die Bewegungsfreiheit vollständig aufgehoben wird, etwa von Patienten oder von Strafgefangenen. Darin sei das Verfassungsgericht einen so großen Eingriff in die Freiheitsrechte der Betroffenen fixiert, dass es für diese Maßnahmen eine richterliche Anordnung fordert. Und dieser Forderung des Verfassungsgerichts kommen wir mit diesem Gesetz nach und regeln die Voraussetzungen für das Verfahren zur Anordnung einer solchen Fixierung. Im Einvernehmen mit den Ländern schaffen wir hierfür im Strafvollzug eine bundeseinheitliche Regelung, die ansonsten die Länder schaffen müssen. Und dabei machen wir, wie ich finde, drei wichtige Dinge. Wir sichern die Grundrechte der Fixierten. Wir schaffen klare Vorgaben für die Ärzte, für die Ärztinnen und auch für die Richter zur Anordnung und zur Vornahme dieser Fixierungen. Und drittens, durch klare Regelungen machen wir diese Fixierungen möglich. Und das dient dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Fall der Fälle in den Gefängnissen oder auch in den psychiatrischen Anstalten. Drei ganz wichtige Aspekte. Und konkret regeln wir mit diesem Gesetz, dass für eine nicht nur kurzfristige Fixierung eine Anordnung durch ein Gericht erforderlich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat für eine nicht nur kurzfristige Fixierung einen Zeitraum von 30 Minuten als Faustregel angesetzt. Das haben wir nicht explizit ins Gesetz geschrieben, aber doch ausdrücklich in die Gesetzesbegründung, sodass für die Praxis eine ganz klare Orientierung gegeben ist. Ich vermute sowieso, dass es für diese relativ kurzen Zeiträume kaum Fixierungen gibt. Denn in der Regel sind Menschen, die gegen sich selber oder gegen andere aggressiv sind, nicht innerhalb von 30 Minuten zu beruhigen. Viel wichtiger ist deshalb die Frage, gerade für die Praxis, wann liegt denn überhaupt eine Fixierung vor, bei der eine richterliche Anordnung beantragt werden muss. Auch das definieren wir im Gesetz ganz genau, nämlich für eine Fesselung, durch die die Bewegungsfreiheit des Gefangenen vollständig aufgehoben wird. So unsere Legaldefinition. Wir haben nach intensiven Beratungen also darauf verzichtet, die Anzahl der fixierten Körperpunkte im Gesetz zu benennen. Das Verfassungsgericht hat ja eine Fünfpunkte-Fixierung und eine Siebenpunkte-Fixierung beurteilt. Wir finden aber, dass durchaus auch eine Vierpunkte-Fixierung die Bewegungsfreiheit vollständig aufheben kann. Und deswegen haben wir eine Regelung so gewählt, dass eben auch diese Fixierung im Einzelfall eine vollständige Aufhebung der Bewegungsfreiheit sein kann und deswegen eine richterliche Anordnung erfordert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was die Gerichtszuständigkeiten angeht, da kommen wir dem Vorschlag der Länder nach. Alle Zuständigkeiten bei den Amtsgerichten zu bündeln. Die sind nah dran. Die haben dort die entsprechenden Erfahrungen. Und deshalb ist es eine wichtige Regelung. Wichtig ist uns, dass wir nach fünf Jahren eine Evolution dieser Regelungen machen, zu den Aspekten, auf die ich bereits eingegangen bin. Und auch weitere, also insbesondere wie in den Ländern dieses Gesetz auf jugendliche Anwendungen gefunden hat, wo wir zur Zurückhaltung raten. Auch das wollen wir in der Evolution dann überprüfen. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir also mit diesem Gesetz dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes nach, auch noch fristgerecht. Wir müssen es heute entsprechend beschließen. Und wie ich schon sagte, drei ganz wichtige Dinge regeln wir. Wir schützen die Grundrechte der Betroffenen, die fixiert werden. Wir schützen das Personal durch klare, in der Praxis handhabbare Regelungen. Und ebenfalls Rechtssicherheit für die Ärzte und für die Richter, die mit diesen Regelungen umgehen müssen. Also ein ausgewogenes Gesetz. Stimmen wir dem zu. Vielen Dank.